Einen wunderschönen, da bin ich schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr sehen habt, diesmal Alvas Awakening oder so. Ich nehme es wieder in 4K über die PS4 Pro auf. Also nicht über die PS4 Pro, ich spiele mit der PS4 Pro, deswegen 4K. Ich werde es nicht rendern, ich werde das Video nicht bearbeiten. Oh, der Ton ist laut. So, machen wir mal so. Na ja, mal auf 3. Ich werde es nicht bearbeiten, nicht rendern, gar nichts. Ich lade es so, wie ich jetzt hier aufnehme, hoch, damit ihr das genauso seht, wie ich jetzt sehe. Und ihr seht, es ist so retro-mäßig gemacht. Ja klar, ich würde auch in 1080p gehen. Aber da ich nun mal in 4K spiele, nehme ich es auch so auf, wie ich es hier sehe. Und da passt das schon. Ich habe jetzt mal das Video, glaube ich, überhaupt unterbrochen, oder? Umm. Okay, so. Okay, also das Volk hat den Willen verloren und ich soll helfen. Ich bin stärker. Okay, ich kann hüpfen und ducken. Oh, ich bin spät. Oh, der Zauberstab. Also das ist schön, wie er macht, muss man schon sagen. Oh, ich dachte schon, ich höre jetzt irgendwelche komischen Geräusche, dass hier irgendwas an ist bei mir zu Hause, oder das ist im Spiel. Ah, okay. Auf dem Safepoint sozusagen. Im Grunde hätte ich mal gucken können, ob da was drin ist. Okay. Oh da komme ich noch nicht hoch, wieso nicht? da müssen wir irgendwas finden, damit wir hier auch hoch kommen da sind wir jetzt los. shit bin tot wir können auf jeden fall da lang und gehen wir mal hier lang okay das hat sich erledigt hier kommen wir definitiv noch nicht weiter ich brauche ja nicht drücken ich habe da keine punkte glaube ich jedenfalls keine punkte so 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 Hallo. Vielleicht muss ich da dann auch noch irgendein Zauber finden, dass es hier weitergeht. Das ist ein Zauber, das ist ein Zauber. Nein! Oh, da war das Stern. Dann brauche ich nämlich den ganzen Weg nicht noch mal machen. Aber ich komme hier nicht hoch, oder? Nein. Ich muss irgendwie noch einen Weg finden, dass ich da hochkomme. Hier komme ich auch nicht hoch. Ich bin auf der Seite. 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 Es ist mir auch ein Schmerzen. So wird das Ding fertig sein. Ich bin auf der Seite. Ich habe mich, das Ding, das ist sehr gut. Ich bin auf der Seite. ich muss helfen nach allem was passiert ist gab es davon schon mal ein teil habe ich dann wird verpasst das haben wir doch schon wie mache ich das mit dem standort ach so ok aber ich sehe nur totenköpfe muss ja hier irgendwo mal was passieren oder ist noch aus ja ich brauche das Das war's für heute. mit dem grünen juwel kannst du sie doch reparieren passieren ja okay das grüne ich sterbe ok jetzt hier später abspringen könnte ich es schaffen sagte man nur die gleiche idee wie komme ich jetzt hier Kupfermünze ok müssen wir mal gucken ist ja irgendwo in irgendeinem heilichtum also die sagen wieder mal das gleiche ok schade scheiße jetzt gehen wir mal hier unten ach so machen wir mal an hier teleport ok also jetzt hier bist du bereit ist das grüne juwel gefunden und das böse besiegt hier hier haben sie nicht das der fleck ja fassern das sind trocken lass mich ok bernstein heiligtumach jetzt kann ich hier die hier ach da komme ich wieder nicht ran ach das ist der grüne juwel glaube ich oder altered wird ist der der ist das Ich habe gedacht, das fahrt schon, nein, das ist nur zum Schieben. Hm, ich weiß nicht, ich gehe doch lieber hier lang erstmal. Ich weiß nicht, ich gehe doch nicht, ich gehe doch nicht. Ich weiß nicht, ich gehe doch nicht. Vor ich nach rechts gehe ich erstmal hier links lang gucken, wo es hier lang geht. Ich weiß nicht, ich gehe doch nicht. Ich weiß nicht, ich gehe doch nicht. Waren wir hier nicht schon? Doch, das mit der Rütterin. Ich komme hier wieder nicht durch. Und Schlüssel. Ich gehe doch nicht, ich gehe doch nicht. Ich gehe doch nicht, ich gehe doch nicht. das erinnert mich so ein bisschen an meine jugend sorry wenn ich hier nicht so viel rede ich bin gerade konzentriert so was haben wir damals gespielt und wir haben es gerne gespielt uns das hat spaß gemacht ah scheiße ich bin tot fuck ich muss hier lang ein bisschen machen wir nur kurz und dann hier kommen wir ja nicht hoch wir hätten sowieso nach links gemusst wenn das jetzt hier schon alle gemacht ist und da auch nichts weiter passiert wenn ich das runter schmeiße dann denke ich mal und hoffe ich mal dass der schlüssel auch noch drin ist womit ich auch geschlossen habe ist doch nicht euer ernst ihr wollt mich doch wollen oder da würde ich sagen 23 minuten haben wird angezockt das reicht ist ein schönes kleines retro spiel erklären wird es nicht sein aber macht echt spaß ach jetzt sehe ich auch jetzt ist die ok jetzt wird die landkarte nämlich auch nach und nach aufgedeckt schon mal sehr interessant ich kann ja sagen wie intensiv das vibrieren soll hilfe modus hilfe modus an schnell start an items auf karte das spiel wurde entwickelt eine herausforderung zu sein das aktivieren hilfe modus wird dein spielerlebnis verändern ok also hier steht aber nicht muss man noch mal schnell fortsetzen dann wollen wir uns die landkarte angucken jetzt steht aber nicht da ob ob wir dann keine trophäen mehr bekommen wir wollen das jetzt aber nochmal angucken ja jetzt ist hier wirklich alles jetzt sehen wir die grünen punkte und so jetzt wissen wir wo wir hin sollen wir sind schon ziemlich nah dran wir waren ja schon die etage tiefer und so wir sind auf einem guten weg aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier einen cut machen ich hoffe es hat euch gefallen mit dem kleinen süßen retro spiel mir macht es spaß vielleicht spielt es ja meine frau auch mal müssen wir mal gucken wenn es euch gefallen hat ein däumchen wäre ein träumchen wenn ihr fragen habt in die kommentare posten wir sehen uns im nächsten angezockt oder live streamen bis dahin haut da rein Ahoi sagt euer Odin